Renate Bergmann, man muss sich nur trauen, die Online-Omi trägt die Schleppe. Gelesen von Carmen Maier-Antoni. Produktion, der Audio Verlag. Guten Tag. Hier spricht, steht ja draußen auf dem Hörbuch drauf, wer hier spricht, groß und deutlich. Sie müssen ja denken, ich halte Sie für schwer von K.P., wenn ich nun sage, dass ich Renate Bergmann heiße, 82 Jahre alt bin und in Berlin Spandau wohne. Aber es gebietet doch die Höflichkeit, dass man sich kurz vorstellt. Und ich finde, ich habe das jetzt halbwegs geschickt gemacht und Ihnen meine Vorstellung sozusagen untergejubelt. Wenn Sie nun ein paar Tage mit dem Hörbuch im Sessel oder im Bett verbringen, müssen Sie schließlich wissen, mit wem Sie es zu tun haben, nicht wahr? Wissen Sie, je älter man wird, desto schneller vergilt die Zeit. Man hat das Gefühl, dass sie einem durch die Finger rinnt wie feiner Sand. Das ist natürlich gar nicht möglich, der Olle Einstein hat das schon untersucht. Aber man hat das Gefühl, dass so ein Jahr immer zügiger rum ist. Denn man weiß ja, dass man selbst nicht mehr so viele Jahre vor sich hat, hm? Und deshalb vergehen die Stunden wie im Flug. Eben stöhnt man noch über die Sommerhitze, da fallen auch schon die Kastanien von den Bäumen. Und kaum hat man das Laub vom Gehsteig geharkt, backt man schon wieder Plätzchen und sinkt unterm Tannenbaum. Sobald Weihnachten rum ist, hab ich dann aber genug von Besinnung und Gemütlichkeit. Es gibt ja Leute, die lassen den Weihnachtsbaum bis sonst wann stehen. Aber bei mir ist gleich nach Neujahr Schluss. Am besten hat man den Baum aus der Stube, bevor er anfängt zu nadeln. Es ist schon so genug Sauerei. Ach, es gibt doch kein schöneres Gefühl, als wenn die Wintersonne durch die frisch geputzten Wohnzimmerfenster strahlt und man im Gegensatz zu so manch anderen Leuten nicht erschrickt, weil Schlieren an den Scheiben sind oder weil man die Staubflusen im Lichtschein tanzen sieht. Ja, so ging ich mit Tatendrang und frischer Kraft in das neue Jahr. Wissen Sie, meine Wohnung war bald reine gemacht. Eine gute Hausfrau hält ihr Heim in Ordnung, da blitzt und strahlt alles schnell wieder, selbst wenn man über die Feiertage die Bude voll Besuch hatte. Nur mit dem Räuchergeruch hab ich immer meine Probleme, wissen Sie? Meine Tochter ist leicht erotisch so angehaucht und verqualmt mir die Wohnung, wenn ich nicht aufpasse. Also, esoterisch meine ich natürlich. Kirsten macht immer so Übungen in Turnsachen, im Schneidersitz mit richtig Atmen und Om und so, ja. Dabei zündet sie sich lange Stäbchen an, um den Raum zu energetisieren und ihn spirituell zu reinigen. Als sie das gesagt hat, da war ich böse. Wissen Sie, bei mir muss niemand, der zu Gast ist, was reinigen, ja? Es war aber alles ganz anders gemeint und das ist jetzt auch nicht wichtig für die Geschichte. Deshalb sag ich gar nichts dazu. Nur so viel. Das Reinigen blieb an mir hängen, denn die Stäbchen, die den Stress meiner Tochter mit Hilfe von verglimmendem Lavendel abbauen sollten, rusten nämlich ganz fürchterlich. Die Einzige, die was da zu reinigen hatte, war ich, denn die Dinger machten mir einen schlimmen, schwarzen Film auf die Lampe im Gästezimmer. Naja, das ist aber keine große Hürde für eine Renate Bergmann. Stefan, was mein Neffe ist, der schimpft immer, dass ich nicht mehr auf die Leiter steigen soll in meinem Alter. Aber wissen Sie, eine Leiter ist was, was man an die Wand lehnt. Mein kleiner Tritt mit gerade mal sieben Stufen ist höchstens eine Steighilfe, aber keine Leiter. Und ich gehe auch nicht höher als auf die vierte Stufe, da kann gar nichts passieren. Jedenfalls war ich mit Tatendrang in das neue Jahr gestartet. Und nachdem alles blitzte und reine gemacht war, wurde es nun Zeit, die Dinge anzugehen, die im Zwischenmenschlichen zu klären waren. Nicht bei mir, nein, nein, nicht, dass Sie nun denken, nachdem ich vier Ehemänner begraben habe, würde es mich nur noch mal vor den Altar locken. Da sei Gott vor, das Kapitel Männer ist für mich abgeschlossen, aber nicht für meine Freundin Gertrud. Gertrud ist 82 wie ich, aber nur einfach verwitwet, also nicht vierfach. Ihr Gustav war zeitlebens eine Stütze und Schulter zum Anlehnen, aber Männer sind eben nicht so widerstandsfähig wie wir Frauen. Sie gehen meist früher. Tja, und so schlägt sich Gertrud, die ich schon von Kindesbeinen an kenne und die mir immer eine gute Freundin war, nun seit zehn Jahren allein als Witwe durchs Leben. Naja, allein ist nicht das richtige Wort. Sie hat einen Hund. Und sie hat auch nie auf Gesellschaft verzichtet. Gerade nicht auf den Umgang mit Männern. Gertrud ist noch nie Eide gewesen, der die Ehe besonders viel bedeutet hat. Weder war das für sie ein heiliger Bund, noch hat sie sich darum geschert, ob sie von der Witwenrente her versorgt war. Sie lebte eben so lang hin und possierte mal mit diesem Herrn und mal mit jenem. Gertrud war wie ich, nein, nie eine von den Emanzen, die in Latzhosen Moorrüben gemümmelt und die Männer mit Grünkernsuppe in die Flucht geschlagen haben. Nee, 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 nee. Bei uns gab es Aufschnitt und Ausschnitt. Wir waren ganz brave Ehefrauen, haben unsere Kinder anständig erzogen, gingen aber trotzdem arbeiten und haben auf diese Weise eine gewisse Unabhängigkeit erreicht. Uns hat nie ein Mann das Haushaltsbudget zugeteilt, sondern immer wir den Kerlen das Taschengeld. So sieht das aus. Und wir haben nie geheiratet, weil wir mussten, sondern immer nur, weil wir wollten. Nicht wie diese ganzen operierten Nugget-Eis heutzutage, die sich einen reichen Fußballspieler angeln, weil es mit der Schule nicht so geklappt hat. Nee, nee. Also wir haben stets bescheiden gelebt und uns unsere kleinen Freuden im Leben, ein Kentschen Kaffee und ein Stückchen Kuchen dazu, selbst spendiert. Das sind wir uns wert. Aber Gertrud hat sich immer nur bei einem Mann untergehakt oder sich zum Konjekchen einladen lassen, wenn er ihr gefiel, nie, weil sie ihm gefiel. Das ist ein Unterschied, und zwar ein ganz gewaltiger. Seit nun über zwei Jahren ist sie jedoch fest verbandelt, und zwar mit Gunther Herbst. Gunther ist eine Seele von Mensch. Ein sehr einfacher Herr, schlichten Gemüts, aber der steht wie ein Fels an ihrer Seite und gibt ihr Halt. Er ist nicht das, was man ein Parkettlöwen nennen würde. Gunther ist 84, hört schwer und sagt nicht viel. Aber er kann Auto fahren und schnarcht nicht. Wissen Sie, genau genommen weiß ich gar nicht, was ich sonst groß über Gunther sagen kann. Er ist still und unauffällig. Er ist immer da, aber er spricht nicht groß. Es hat schon Rentnerfeiern gegeben, da ist mir erst abends zu Hause im Fernsehsessel gewahr geworden, dass Gunther auch dabei war. Letztes Jahr hatten wir dann den Fall, dass der Herbst fiel. Also der Gunther, und zwar von der Leiter. Im Garten, wo er ein paar Tage nach dem Sturz dann so schlimm Bandscheibe kriegte, dass er schnurstracks vom Beet ins Bett gebracht werden musste, und zwar mit Tatütata auf dem Krankenauto. Er wurde operiert, und Gertrud entdeckte auf einmal, wie ernst es ihr mit Gunther war. Bis dahin war sie immer am Rumpussieren mit anderen Männern, nicht zu stoppen, wenn sie der Hafer stach, aber plötzlich leuchteten die Augen, sobald sie an Gunther dachte oder jemand seinen Namen erwähnte. Gertrud pflegte ihn mit Schwesternhäubchen auf dem Kopf und kämpfte wie eine Löwin bei den Behörden, dass seine Kuh und Reha und der ganze Kram genehmigt wurden. Ich staunte nicht schlecht. Sie meinte es offenbar wirklich ernst. Als Gunther dann entlassen wurde und ohne Stock durch seinen Garten spazierte, den Gertrud und ich über den Sommer in Schuss gebracht hatten, staunte auch er nicht schlecht, und es war sogar ein ganz klein bisschen romantisch, als er ihr einen Verlobungsring an den Finger steckte und fragte, ob sie seine Frau werden wollte. Aha, richtig schön war das. Es hätte nur noch gefehlt, dass der Kai pflormeweise Tauben aufsteigen lässt in dem Moment. Mir war ganz warm ums Herz, und es fühlte sich sehr richtig an für Gertrud. Wissen Sie, als beste Freundin, da spürt man sowas. Ich stand ja schon manches Mal hinter der Gardine, sah sie mit Herren losdackeln mit ihrem Rollator und dachte, nee, Trudchen, der ist es nicht, den lässt du sitzen. Das ist bei Gertrud nicht nur so eine Redensart. Wenn sie genug hat, steht sie im Kaffee einfach auf und geht und lässt den Kerl mit der offenen Rechnung sitzen. Sie ist im Vorteil, denn auch wenn sie bei schwülem Wetter und bei Ostwind manchmal dicke Füße kriegt, ist sie besser zu Fuß als die allermeisten Männer in unserem Alter. Bis die vom Tisch hoch sind, ist Gertrud schon zur Tür raus. Ja, so auch damals, als wir... Jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir eine Geschichte einfällt, wie Gertrud damals... Ach, haben Sie einen Moment Zeit, ich erzähle Sie Ihnen, ja? Das geht auch ganz schnell. Also, wir waren spazieren und sind hinterher eingekehrt im Mockerstübchen. Ein sehr gediegenes Kaffee, in dem auch Damen und Herren der besseren Gesellschaft verkehren. Na, wir hatten kaum die Mäntel abgelegt und uns gesetzt. Die Hüte ließen wir auf, wissen Sie, die Frisur, die leidet doch sehr, wenn man die Kopfbedeckung immerzu ab- und wieder aufsetzt. Und es zog auch ein bisschen in unsere Ecke. Und da kam ein rüstiger Herr auf uns zu. Er schlurfte ein bisschen, aber in seinem Alter, ich schätzte ihn auf knapp 90, war das in Ordnung. Er deutete einen leichten Diener an und fragte, ob wir gestatten würden, dass er sich vorstellte, was er ohne Antwort abzuwarten als dann auch tat. Ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Er ratterte bald eine halbe Minute Vornamen runter, dass man hätte denken können, er zählt seine ganzen alten Klassenkameraden auf. Ganz zum Schluss, als ihm die Luft schon ausging, sagte er, Freiherr von Wallabusch. Na, da hätten sie Gertruds Augen mal sehen sollen. Sie fingen an zu glänzen wie die einer Tigerin, die eine Rindskeule vorgeworfen bekommt. Sie reichte dem Wallabusch-Prinzen ihre Hand, an der der Verlobungsring von Gunther steckte, überlegen Sie sich das mal, ja, zum Kuss. Und nachdem der olle Knöterform vollendet einen Handkuss angedeutet hatte, murmelte sie, Gertrud Potter von Pommern zu Herbst, es ist mir eine Freude. Dem Altadligen erstarrte kurz der Blick, aber Gertrud, die eine verwitwete Potter ist, bald verheiratete Herbst und die ihren Mädchennamen ganz schnell zu Pommern aufgehübscht hatte, um hier zu glänzen, guckte ihn herausfordernd an. Man kann gar nicht darüber nachdenken. Ich kam gar nicht dazu, denn sie deutete auf mich und sprach, darf ich Ihnen meine Freundin Renate von Moorskötter vorstellen? Also da hatte sie hingegen nur ein bisschen geschummelt, ja, denn von Moorskötter war der Name von Willem, meinem zweiten Mann und Vater meiner Tochter Kirsten. So hieß ich wirklich mal. Aber immer wenn die Herren verblichen waren, habe ich mit den Männern bei der nächsten Hochzeit auch den Namen abgelegt. Nach vier Ehen würde man doch sonst zu viel Ballast mit sich rumschleppen. Überlegen Sie mal, geboren bin ich eine Strelemann, dann habe ich Otto Winkler geheiratet, von dem ja der Stefan, was mein Neffe ist, seinen Namen hat. Und dann den Willem, Willem von Moorskötter. Später dann Franz Hilbert. Und zu guter Letzt Walter Bergmann. Ich habe bei jeder Heirat den Namen des Mannes angenommen. Man muss sich von alten Kram trennen. Schließlich räumt man auch den Kleiderschrank alle paar Jahre mal durch. Und ich brauche auch meinen Mädchennamen nicht, um meine Identität zu wahren. Also, ich weiß genau, wer ich bin und was ich will. Ganz egal, wie ich heiße. Es ist nur leichter für Leute, die man von früher kennt, wenn man dazu sagt, was man für eine Geborene ist. Da hat so ein Doppelnamen seine Vorteile, weil es da gleich mit dabei steht. Allerdings denke ich mir immer, wem ich wirklich was bedeute, der erkennt mich auch, wenn er nicht meinen Namen von früher weiß. Und vielleicht will ich ja auch gar nicht von allen gefunden werden. Vielleicht noch bei Facebook. Nee, nichts ist doch schlimmer, als wenn man eine Freundesanfrage bekommt und sich denkt, ach du je, nee, die Person, die will ich gar nicht wiedersehen. Also, da bin ich ja im Vorteil, weil ich schon ein bisschen alt bin. Da kann ich mich rausreden mit, äh, das hab ich gar nicht gesehen, dass du da was geschickt hast. Oder, ach weißt du, ich bin da nur ganz selten im Online. Gertrud kriegte Opa Wallerbusch mit ein paar geschickt platzierten Gigerlachern dazu, unseren Kaffee zu bezahlen. Er ließ den Opa sogar noch drei Likörchen bringen. Aber dann machten wir uns wieder auf den Weg. Er half uns in die Mäntel und küsste Gertrud noch mal den Verlobungsring. Ich hatte mich wohl nicht richtig im Griff und rollte ein bisschen mit den Augen, was der Wallerprinz sah. Deshalb bekam ich keinen Handkuss. Also, das war mir sehr recht, wissen Sie. Ich kann das Geschlabber nicht leiden, weder bei Verehrern noch bei Hunden. Ich hätte mir sonst nur noch mal die Hände waschen wollen. Auf dem Rückweg hakte ich bei Gertrud nach, was denn nun eigentlich mit Gunther und der Hochzeit wäre. Der Likör lockerte die Zunge, wissen Sie, da spricht es sich leichter. Das Thema musste nun auch dringend mal aufs Tapet. Schließlich ging der Winter auf seine Zielgerade und eine Hochzeit braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Es war zwar noch kein halbes Jahr rum seit dem Antrag, aber heutzutage guckt ja keiner mehr so genau hin, ob die Verlobungszeit im sittlichen Rahmen liegt. Und wenn man dazu rechnete, dass es bis zum Ja-Wort eh noch einige Zeit dauern würde, konnte, äh, nein, nein, musste man das Thema nun angehen, wenn es Gertrud und Gunther denn wirklich ernst war. Gunther war nach der Operation und seiner Reha zu Gertrud gezogen, wo sie ihn liebevoll umsorgte. Sie wusch und kochte für ihn, und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen indiskret ist, ich weiß, dass er sogar bei ihr im Ehebett schlief und nicht auf der Couch. Na, überlegen Sie sich das mal. Ich gucke nämlich Aktenstapel XY mit dem Rittberger Rudi ungern allein. Wenn Verbrecherfahndung über den Bildschirm flimmert, gehe ich nach Möglichkeit zu Gertrud. Im November, als es so nasskalt und dunkel war und die Sendung ganz besonders gruselig, sie hatten den Überfall auf eine alte Dame gezeigt. Denken Sie nur, da traute ich mich nicht mehr nach Hause. Und da hat Gertrud mir die Couch in der Wohnstube ausgeklappt und das Bettsverkehr gerichtet. Gunter schlurfte wie selbstverständlich mit seinen Pantoffeln zu ihr in die Schlafstube. Ich weiß das also aus eigener Beobachtung und setze hier keine Gerüchte in die Welt, ja? Die beiden schnarchten im selben Bett. Naja, eine kirchliche Trauung war ja sowieso nicht geplant. Nun sprich mal ganz offen mit mir, Gertrud, sagte ich. Wird das was oder eiert ihr nur rum? Was soll's schon werden? Es ist doch alles ganz prima, wie es ist. Wir fühlen uns wohl und Gunter hat auch nie wieder was von heiraten gesagt. Aber ihr wolltet doch. Ja, irgendwie schon. Aber ach, ich weiß auch nicht. Was würde sich denn ändern? Gertrud fing schon an zu diskutieren, wie eine von diesen jungschen Dingern, die nicht wissen, was sie wollen. Diese Knödelmädchen. Also ich meine diese modernen jungen Frauen, die ein Tempo an den Tag legen, dass man da kaum noch mitkommt, ja? Die düsen mit dem Fahrrad durch die Stadt und reden so schnell, dass sie sich dabei überschlagen und gar nicht den Satz beenden, den sie eigentlich angefangen haben, sondern einen ganz anderen. Also so überdreht wie nach zwei Tassen Mocka. Die haben einfach keine Ruhe und vermitteln einem ständig das Gefühl von Gehetztsein. Ach, ich will denen am liebsten immer sagen, dass sie mal durchpusten sollen und, äh, Omm machen, so wie meine Kirstin. Das sind ja meist kluge Frauen, die was Wichtiges studieren oder damit sogar schon fertig sind und nun sehr gut in ihrem Beruf ihre Frau stehen. Aber irgendwie sind die so, so, so schmalspurschlau. Verstehen Sie, was ich meine? Die sind bestimmt prima an dem, was sie studiert haben. Aber meist sind die so ein bisschen lebensdoof und eiern in wichtigen Fragen unbeholfen durchs Leben. Also mit den wirklich wichtigen Dingen kennen die sich überhaupt nicht aus. Sie wissen nicht, was sie wollen, sie können keine Entscheidung treffen, ohne 17 Telefonate mit Lilian, Pernilja oder wie die heute alle heißen, zu führen und scheitern an den einfachsten Dingen. Die können keine Mehlschwitze kochen, kein Huhn ausnehmen und wissen nicht mal, wie man Hefekuchen backt. Sie müssen stundenlang mit Freundinnen spazieren gehen, um die einfachsten Dinge zu entscheiden. Wenn die zum Beispiel beim Bäcker ein Stück Kuchen, ach nee, nee, das mit dem Kuchen ist ein falsches Beispiel, den Kuchen essen die ja meist gar nicht, wegen Gluten und sowieso wegen der Figur, ja. Emanzipiert sind sie bis zur Halskrause, aber wegen der Figur machen sie sich trotzdem Sorgen und wollen den Männern gefallen, aber nur, um ihnen dann das Leben schwer zu machen. Sagen wir mal zum Beispiel, sie wollen in der Mittagspause ein belegtes Eiweißbrot mit Chinasamen. Da muss immer eine vom ähnlichen Schlag mit zum Aussuchen und dann stehen die bestimmt eine Viertelstunde vor der Auslage beim Bäcker und Berat schlagen. Sie diskutieren über Größe, Gewicht, ob da Fleisch dran ist, was die Vivian neulich hatte und ob es wohl Gluten hat. Meist winkt die Verkäuferin immer schon sechs bis acht andere Kunden vor und nimmt die dran, bis die Damen mit Ali, Penny und Lucy telefoniert haben und erst mal zur Entscheidungsfindung einen weißen Tee bestellen, aber ohne Koffein und mit Hafermilch. Fettreduzierte Hafermilch, bitte. Dann geht die Meditation vor den belegten Brötchen weiter und kurz, bevor die Mittagspause rum ist, nehmen die einfach eine Stulle mit Ei. Man erkennt diese Frauen darin, dass sie zumeist ihre langen Haare zu einem sehr lose und für meine Begriffe ein bisschen zu leger gebundenen Witwebeuteknoten auf dem Kopf tragen. Da sie aber so schludrig sind, ist das eher ein Knödel als ein Knoten und darum nenne ich die immer Knödelmädchen. Das ist nicht abfällig gemeint, aber es gibt mittlerweile so viele davon, dass mir scheint, der Knödel ist das Markenzeichen einer ganzen Generation. Hätten die ein Familienwappen, wäre da ein Haarknödel drin, genauso wie bei mir vielleicht ein Brunerbesen. Die Knödelmädchen gibt es in den Varianten Ledig und Mutti. Wenn sie noch Ledig sind, tragen sie meist verwaschene Nidhosen, die bis hoch über den Bauch gezogen werden und fahren mit Herrenrennrädern. Sie studieren was ganz furchtbar Wichtiges. Meist kommt im Namen des Faches Medien vor oder Sozial. Das Studium ist aber ganz arg anstrengend und sie sind mit den Besorgen von veganem Pams in einer Bovel eigentlich auch den Tag über ausgelastet. Wissen Sie, was ein Bovel ist? Also ich musste da auch erst mal fragen, ja? Man sollte aber ständig dazulernen, sonst wird man alt im Oberstübchen und verpasst den Anschluss im Leben. Eine Bovel ist nichts anderes als eine Schüssel. Aber wenn sie einem was andrehen wollen, dann müssen sie sich immer neue modernere Begriffe einfallen lassen. Für eine Schüssel Salat können sie bestensfalls 4,50 Euro aufrufen. Nennen sie es aber jedoch vegane Indian Sommerbovel können sie ohne mit der Wimper zu zucken 12,90 Euro dafür nehmen. Tragen sie dabei schwarze Gummihandschuhe nochmal 2 Euro mehr. Und da diese Knödelmädchen, wie ich schon sagte, vom wirklichen Leben keine Ahnung haben, bezahlen sie das. Die wissen gar nicht, dass das Beutelschneiderei ist, ja? Zahlen tun sie mit Karte natürlich oder noch besser mit dem Telefon und noch zweimal 2 Euro drauf, wenn es wieder verwendbare Bovels sind. Dazu haben wir früher Tupperdose gesagt. Wissen Sie, ich will nicht ungerecht sein. Ich bemühe mich immer zu verstehen, was Menschen bewegt, etwas zu tun und bevor ich den Mund aufmache und was sage, überlege ich wirklich lange. Man muss sich stets alle Beweggründe anhören, bevor man sich ein Urteil bildet. Das ist ganz oft ein Fehler bei alten Leuten. Die glauben ab einem bestimmten Alter, dass sie alles wissen und beharren stur darauf, dass sie Recht haben. Ne, ne, sowas darf man nicht machen. Man muss immer neugierig dem Leben gegenüberbleiben und offen sein, auch Neues zu probieren. Aber wenn man sich ein Bild gemacht hat, muss man auch sagen dürfen, was es ist. Und ich sage, im Fall der Knödelmädchen, lebensdoof. Jetzt haben Sie hoffentlich nicht gedacht, die alte Bergmann schießt sich auf die jungen Frauen ein. Ne, 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 es gibt das Knödelkind auch in männlich. Die haben nur selten so einen Knoten auf dem Kopf, obwohl ich das in klein auch bei Männern schon gesehen habe. Aber innerlich, so vom Herzen und vom Verstand her, sind die vom gleichen Typ. Also Stefan, was mein Neffe ist und mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt, das liegt an der Generation. Sie wären alle Millenjeld. Also Leute, die so um den Jahrtausendwechsel rum, auf ein Jahr mehr oder weniger kommt es ja da nicht an, es geht ja ums Prinzip, geboren wurden. Selbst er, der jetzt ein bisschen über 30 ist, versteht die schon nicht mehr. Also mit dieser Alex da, das ist auch so einer, habe ich gesagt. Er ist ein sehr bewusster Mensch, der achtsam mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen umgeht und immer das Gute im Sinn hat. Der hält sich an die Hausordnung und wischt das Treppenhaus gründlicher und zuverlässiger als die Damen Berber und Meiser, mit Essigreiniger, aus Glasflaschen, damit der Ozean nicht verdreckt. Er hat Jutebeutel und eine Aktentasche aus veganem Leder und er trägt mir die Einkaufstasche hoch. Herr Alex war gerade ganz neu in dieses WG eingezogen, als meine Freunde Ilse und Kurt mich besuchten. Ich hatte wohl erwähnt, dass nun ein netter junger Mann im Haus wohnte, aber es hatte noch keine Chance gegeben, sie einander vorzustellen. Nun wollte es der Zufall, dass Herr Alex gerade von der Vorlesung an seiner Universität nach Hause kam, als die Gläsers vor der Haustür standen. Also fragen Sie mich nicht, was Sie da ständig vorlesen an dieser Universität, aber es muss wichtig sein, denn Herr Alex fährt fast jeden Tag mit seinem Fahrrad hin. Zuvorkommend wie er ist, griff er nach Ilses Beutel. Sie hatte mir nämlich frische Eier mitgebracht. Kurt hielt Herrn Alex, der ziemlich hektisch angehetzt kam, für einen Taschendieb und fast wäre es zu einer Täglichkeit gekommen. Kurt hatte zum Glück keinen Gehstock dabei und so ist nur der Henkel von Ilses Tasche abgerissen, weil die sich zur Wehr setzte. Den konnte man aber wieder annähen und das war kein Problem und die Gläsers mögen Herrn Alex nach diesem etwas holprigen ersten kennenlernen nun auch. Er nimmt auch gern Eier ab, ja, denn er ist sehr für regional und bio. Herr Alex kauft auch ein Leibbrot von eineinhalb Pfund für sieben Euro, weil der aus Urgetreide ohne Chemie und ohne weiten Transport gebacken ist und weil sie ihm versichern, dass die Bäckerin und der Verkäufer alle einen ordentlichen Lohn kriegen. Och, sowas ist ihm alles wichtig. Naja, und das finde ich ja auch löblich.